Mein Name ist Paula Luton-Lenger und ich möchte Ihnen heute in einer Kurzführung ein besonderes Kapitel unserer Ausstellung zur Gier vorstellen. Den gierigen Raub jüdischen Eigentums. Dieser Nussbaumschrank erzählt die Geschichte von Michael Bloch. Michael Bloch, ein jüdischer Kaufmann aus Villingen, der mit seinem Bruder vier große Modehäuser in Villingen und Umgebung betrieben hat. In den 1920er Jahren war Bloch einer der größten Steuerzahler der Gemeinde, für seine Wohltätigkeit bekannt und geschätzt. Er sammelte leidenschaftlich Kunsthandwerk, Möbel, Porzellan, Zinn aus dem Schwarzwald. Teil seiner Sammlung war auch dieser Nussbaumschrank. Mit der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung und dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 gingen die Geschäfte auch der Blochs zurück. Sie gerieten in große finanzielle Schwierigkeiten und sie, Mitglieder der Familie, wurden ins KZ verschleppt und die Familie emigrierte zunächst in die Schweiz. Dafür war eine große Reichsfluchtsteuer erhoben worden. Zum anderen wurde im Gewiesenvergehen vorgeworfen, sein gesamtes Vermögen von der Gestapo beschlagnahmt. Die Familie emigrierte in die USA. Am 23. und 25. April 1942 wurde der gesamte Besitz der Familie Bloch-Gideon versteigert. Schon im Vorfeld der Versteigerung der Sammlung Bloch präsentierte der Direktor des Franziskanermuseums, Paul Rieselow, eine umfangreiche Wunschliste. Insgesamt 79 der schönsten Stücke wollte er für das Villinge-Franziskanermuseum erwerben. Da das Oberfinanzpräsidium auf eine angemessene Vergütung bestand, bremste das die Begehrlichkeit. Die Stadt kaufte dem Reich lediglich 28 Gegenstände ab, darunter für 70 Mark diese Nussbaumgetrine. Die Familie Bloch-Gideon überlebte in den USA. Die französische Militärregierung erließ in Baden 1947 eine Verordnung zur Rückerstattung des im Nationalsozialismus geraubten Vermögens. In mehreren Prozessen musste sich die Familie Bloch wie der Gutmachung erkämpfen. Die Stadt Villingen einigte sich im Jahr 1949 mit der Familie, gab einen Teil seiner Besitztümer zurück und für zwei Schränke zahlte sie 200 Mark. Im Inventarbuch des Museums ist dazu vermerkt, Vitrine aus Nussbaum von Israel Bloch am 25.06.51 mit 200 Mark von M. Bloch von Neuem gekauft. Dieses Beispiel aus Villingen ist kein Einzelfall. Die Beschlagnahmung von Besitztümern der jüdischen Deutschen traten an vielen Stellen auf. Bei der reichsweiten ersten Deportation fielen die Vermögenswerte der 5.600 verschleppten jüdischen Badener an das Deutsche Reich. Geldbeträge zwischen 100 bis zu 100 Reichsmark durften mitgenommen werden, alles andere musste abgegeben werden. Profiteur waren die Finanzämter. Dieses Kassenbuch des Finanzamts Tauberbischofsheim berichtet davon und enthält Aufstellungen der Barvermögen, das die Gestapo den zur Evakuierung, wie es in den Akten heißt, vorgesehenen jüdischen Deutschen abgenommen hat. Ein weiteres Beispiel eines solchen Raubes sehen wir in Lörrach. In der Stadt Lörrach wurden 1940 im Oktober völlig überraschend die jüdischen Deutschen aus Lörrach deportiert nach Gurs. Auch hier pro Person 50 Kilo Gepäck, 100 Reichsmark, Barvermögen zur Mitnahme erlaubt, Hausrat, Wertgegenstände, Sparbücher, Bargeld, alles musste abgegeben werden. Die Hausschlüssel waren bei der Gestapo abzugeben, die Polizei versiegelte die Wohnung. Der Lörracher Landrat war als Bevollmächtigter für das jüdische Vermögen mit der Verwaltung und Verwertung dieses jüdischen Vermögens beauftragt und er organisierte an ortsansässige Treuhänder und Konkursverwalter, die eine Versteigerung organisierten. Zu dieser Versteigerung Ende Oktober, Anfang Dezember kamen sehr viele Freunde, Nachbarn, Kollegen der jüdischen Deutschen. Sie versuchten hier ein Schnäppchen zu landen, besonders günstig Hausrat, wertvolle Gegenstände, weit unter Wert zu erlangen. Sie wurden damit vom NS-Regime zugleich korrumpiert, sie wurden zu Komplizen gemacht und sie wurden verstrickt in die systematisch betriebene Raub- und Enteignungspolitik. Wie eine verführte Horde haben sich die Lörracher um die Sachen gestritten. So berichtet eine Zeitzeugin. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass der Raub jüdischen Eigentums ein wichtiges Kapitel ist in einer Ausstellung Gier. Aber nicht allein die Gier ist Ursache dafür, für den Raub jüdischen Eigentums. Mit Gier allein lässt sich dieser nicht erklären. Vielmehr trug der zur Staatsdoktrin erhobene Antisemitismus, der jüdische Deutsche, systematisch aus der NS-Volksgemeinschaft ausschloss, ganz maßgeblich dazu bei, einen recht- und schutzlos gewordenen Teil der deutschen Gesellschaft auszuplündern und auszurauben. Und deshalb erscheint am Ende dieser Ausstellung bereits ein Ausblick auf den zweiten Teil unserer Trilogie, die sich mit dem Hass beschäftigt. Die Ausstellung zum Hass wird die vielfältigen Dimensionen des Hasses vorführen. Mit der Gier geht es in zwei Wochen weiter. In zwei Wochen werden wir Ihnen ein weiteres Kapitel aus der Gier vorstellen, wo es um Wissbegierde und um Neugierde geht. Am Beispiel des Karlsruher Chemikers Fritz Haber. Vielen Dank.